So, die Triebwerke laufen. Jetzt wird es gefährlich für die Männer hinter ihm. Dirk, bist du bereit? Dann sagen wir jetzt, Bobbahn frei! Dirk Auer wagt einen neuen Extremversuch. Auf dem Weg nach unten. Diese Triebwerke, die er hat, die erreichen übrigens 90 PS pro Triebwerk. Wir wollen mal sehen, was für eine Geschwindigkeit er erreicht. Stolz für ihn! Er wollte eigentlich die Bahn hochfahren mit diesem Düsenantrieb. Das hat gestern in der Probe nicht geklappt. Da ist ihm wahrscheinlich der Treibstoff ausgegangen. Und jetzt hier ein Defekt offensichtlich. Ein Triebwerk zündet da nicht mehr so richtig. Aber trotzdem, er wusste, auf welches Risiko er sich einlässt. Und er hat trotzdem das Risiko gewagt. Okay.